hallo leute und willkommen zu einem kurzen test ja warum ein kurzer test wie ihr mitbekommen habt war ich jetzt wieder eine ganze weile nicht aktiv auf meinem channel was zum einen den umstand hat dass ich von meiner arbeit aus verhindert war ich war auf sozusagen montage andere firmen würden das montage nennen ja auf jeden fall das ist das eine warum ich den paar tagen warum ich eine ganze weile nicht da war und zum anderen war ich ja ist mein headzeit kaputt gegangen und ich habe mir jetzt gebraucht von einem bekannten von mir ein neues headset geholt besorgt viel mehr also ihm abgekauft weil er ist nicht mehr braucht das ist das triton pro plus und ich wollte nur mal kurz hier diese aufnahme machen und euch mal fragen ob die soundqualität eurer meinung nach so okay ist und ob mir ob wir so weitermachen könnten oder ob ich mich vielleicht doch besser mal umschaue nach einem anderen headset ja das ist auch alles was ich kurz wollte wie ihr seht hat sich zum letzten part hin nicht viel verändert also eigentlich glaube ich gar nichts um genau zu sein ja okay zumindest in game hier halt nicht wie gesagt ich hoffe dass die soundqualität einigermaßen okay ist schreibt es mir doch mal bitte in den kommentaren und ja sollte die soundqualität okay sein auch eurer meinung nach ich werde es mir natürlich selber auch anhören noch mal nach der nach abschluss hiervon ja dann werde ich dann in den kommenden tagen wieder weitermachen mit unserer kleinen let's play welt hier und bis dahin wünsche ich euch allen dann noch viel spaß und macht's gut ciao